Wenn wir von rückstandsloser Schmutzentfernung sprechen, reden wir auch von langjähriger Erfahrung und Erfolg im Segment der Trockeneisreinigung. Ohne Wasser, ohne Chemie. Und genau hier ist unser Ansatzpunkt. Dry Ice Energy liefert Premium Trockeneis an 365 Tagen im Jahr aus eigener Produktion. Dry Ice Energy Strahlgeräte wiegen nur ca. 15 kg und sind damit wegweisend. Mit einem 24 Stunden Lieferservice und dem Full Service Leasing setzen wir neue Maßstäbe. Bereits bei der Produktion unseres Premium Trockeneises achten wir auf Reinheit und effiziente Komponenten für eine bestmögliche Reinigungswirkung in der Praxis. Das ist ein Schlüsselprinzip unseres Erfolges. Beim Auftreffen auf eine Oberfläche geht Trockeneis rückstandslos vom festen Zustand in ungiftiges Gas über. Desinfizierend und hygienisch auch bei stark verschmutzten Oberflächen. Hygiene hat Priorität Nummer 1 in der Lebensmittelindustrie. Und genau hier ist einer unserer Leistungsschwerpunkte. Trockeneis sublimiert, ist nicht leitend und hat somit gegenüber der Hochdruckreinigung mit Wasser für die Säuberung von sensiblen Bauteilen und elektrischen Anlagen eine Alleinstellung am Markt. Motoren und wasserempfindliche Bauteile, Fahrzeugaufbereitung und Reinigung auf nahezu allen Oberflächen. Die Einsatzmöglichkeiten sind unerschöpflich. Die Reinigung mit DryEyes Energy Trockeneis ist nachweislich umweltschonend, kostensparend und deshalb zukunftsweisend. Unsere Kunden wollen einen Partner des Vertrauens. Wir liefern ausschließlich High-End Trockeneis Strahlgeräte und Premium Trockeneis aus eigener Herstellung. Sichern Sie sich einen erheblich geldwerten Vorteil mit dem DryEyes Energy Service und dem 24 Stunden Austauschservice. Sprechen Sie mit uns darüber. DryEyes Energy. Einfach, schnell, sauber.